so leute willkommen zu einer kleinen bei anderen spiel test die spiel nämlich heute ist mal zusammen mit ein paar leuten von teams liegt er dabei sind die joker der oberstreik und der jane boy alle die hohen ja die spielte das meiste wer es vielleicht schon erkennt dass zweit ist ein league of legends so gesehen nur dass wir in der verpösen an sich das ganze spiel also ja wir haben jetzt hier besonders spiel das ist zum beispiel nicht das normale wir spielen hier arena da heißt quasi da müssen wir nur kämpfen und die basal nicht durch das portal durchbekommen sonst spielt man auch wie bei league of legends die lanes mit baron alles mögliche also eigentlich ziemlich cool das ist noch in der beta quasi eigentlich noch ein no name und ja das wird kein projekt sein richtig sondern einfach mal nur eine vorstellung davon ja also wir sind doch auch noobs wir wissen quasi ja 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 wir spielen auch gegen vierte mad maxi, wolf, wolf, zemmix und ähm oh noah noah b das jemand von euch draufgang oh scheiße muss ich mal helfen mit wechselbar jetzt jahr ist mal jemanden erwischt nein was eh ich habe halt Entscheidung gemacht wir haben auch hier also dass das ich mache mal ein bisschen die Sounds leiser bisschen besser das ist besonderlich wir haben hier zum Beispiel dieser keine Ahnung so wie ich die Items kaufen sich auch von dir selber man kann das einstellen so ist es ein bisschen einfacher für Noobs wie uns ich bin darauf schon zwei Kräfte wieder hoch aber doch ich hab ein bisschen Damage gemacht das machen wir uns auch vor oh das ist ja der hinter die Höhe woher der hat kein Damage gemacht ich hab einen Ulti Scheiß ich hab das nicht mehr bekommen Junge oooh da kommt Halbzettling raus Hilfe aber Noah kann das Spiel glaub ich schon besser ja der spielt sonst schon irgendwo ja der spielt schon so auch hier beim Sharp also wie gesagt Ziel ist das wir die Minions durch diese Portal durchbekommen oder wir uns halt nicht durchlassen denn sie haben es ein 500 durch quasi das ist ja die kriegen wir kommen die kriegen wir circa dauert das Spiel 20 Minuten also ey hallo Femi er hat den Kill bekommen ey gut gemacht na komm bam nice ach du die oooh jetzt mal an komm mal her ihr Süß die läuft durch das Portal diese Scheiß mit dir an da guck mal Femi wieviel wenig Leben Femi hat ach Stealer nein der ist besser als du hab 4-1 score selten ich bin ja auch hart ich bin ja kein Damage-Dealer richtig sehr mehr so auch technisch zu werden äh kann man mal helfen ich glaube ich ich weiß nicht wie man die Spiel so und ok ach auch hier wir fasten alles mit 1,2 und so so hab ich mal ein bisschen Mana mir wiedergegeben oh das ist Map Maxi drauf 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 ich hab noch äh waah äh Hilfe Hauptsache die Fokuss'n mich Hilfe 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 die Ulti Hilfe die Ulti Hilfe die Ulti also ich weiß meine Ulti ja das Upgrade ich aber eigentlich wie so so also die Unterrichtstufe schon einzuteilwerfen man kauft aber mit dem Boost Kamet Hades supergeilfarm ja ich kann auch geilfarm ich kann nur so ne Gruppe von mir machen ja die kenne ich oh ja ach gut ich würde da nicht rein gehen das ja ich weiß aber ich wollte ihn noch untillen ja mach hinter dir oh okay ich hab Ulti kommt rein kommt rein wir machen jetzt hier den unser Ulti ich hab Ulti ja gemacht kommt hier alle ja ich hab meine Ulti statt wir können das gut machen wir können unsere Ultis gut kombinieren eigentlich ja aber das ist ein bisschen hier oben wenn ich weiß halt kann ich meine voller drauf machen so wie ich jetzt gerade und meine und meine sperrt sie alle ein wisst ihr und Sammy zwar nicht so echt deinen sperrt alle ein ok das wäre richtig ok wir müssen mal ähm ein bisschen Teamwork vielleicht zu bekommen meine ist so die Ulti wie Java oh ich liebe Mann 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 wir machen alle Haus jetzt auch selber vor bl sar lustig wieder bringen es ist keine Ahnung was man in zwei auch einfach mal gewählt habe ich in drei Sekunden wieder ich habe ohne weiter man sieht das die Falle bei dem Tier was der über mich meiner Aua Hilfe kann ich mir da durchführen äh was ist Schluss Alter mein Haut ist man so wenig Schaden mein Aro ne noch was so mein Ulti ist ready oh Gott da ist Hilfe die er war die Hülp wir müssen die Däffen ein bisschen dürfen nicht so oft durch unsere Sachen durch ja wir werden von dir na verlieblich nein ich wollte noch unter die Erde gehen scheiße hallo ich hab die eingesperrt doch noch nicht ich greife so an aber ich bin auch nicht standen Dings Pupenfisch ja Pupi du Stun ist ok Pupi ist insgesamt aber warum eben war Fuchs nicht die Fuchs nicht jedem so ich saug die Hand ich saug die Hand wenn der Müll keinen Schaden macht Juhu bin dabei jetzt Matt Max jetzt muss Matt Max dann glauben Matt Max wird jetzt dann glauben jetzt war einer gegen die Savix denn wir sind Super Chef wo da ok oh das ist ein Luki gewesen Tommi Bupi ist der Pupi ist Halt der Pupi ist der Pupi ist der Pupi ist Also hart ist jetzt echt gesagt, der ist ein Teamfalls halt gut, aber sonst, ähm, man kann halt, der ist halt kein Damage-Tieler. Ja, komm, Kiwi. Ja. Ich bin doch da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe keine Mana mehr. Da sind rausgerannt. Dein, Oberstleutnant Disco. Hat der Mana mehr. Oberstleutnant Disco. Oh, Oberstleutnant Disco. Disco. Gut. Ähm, aus der Ulti kommen wir raus. Oh, Junge. Oh, ich bin entkommen. Junge, komm. Ich bin entkommen, ich bin entkommen. Oh, Alter Schwede. Ab ihn. Null Schaden tragen. Mach Schlimmsch. Ja, der Kai spielt auch, ey. Bam. Minions killen. Nein, nur, das ist meine, das ist meine, das ist meine. Okay. Oh, hinter dir, hinter dir. So. Uh, erstmal hier, schön hier und so. Wir müssen irgendwie, ah, ich helfe dir mal hinten. Oh, das war, alter, Bubi los. Also ich glaube, die Runde wird nicht lang werden. Alter, ja, Oberstleutnant Disco. Ich denke, es ist nicht leicht. Ja, die Runde hat 08. Ah. Ähm, schlitz, kommt die eigentlich bei uns die ganze Zeit durch? Bla, es heißt, es ist blau unsere Anzeige, oder? Also haben wir schon weniger. Also blau ist das, die bei, das, die bei, den. Aber eigentlich, also das Spiel mache ich, also wenn ihr mal Bock habt, macht ein bisschen Feedback auch. Ähm, wenn ihr mal Lust habt, ist ja... Junge! Wieso bin ich so ein anderes Universum? Ubido, ab, Ubido macht das, was ich habe. Ubido ist so OP. Sonst bin ich... ... mit. Oh, ich bin aus der Ulti rausgekommen, Junge! Los, mach deine Ulti, los, los, los! Nein! Meine Ulti, Mann, meine Ulti, Mann, meine Ulti! In your face! Oh, wenn Oberstleutnant nicht wiederkommen, aber auch keine Chance. Ja. Warte mal, ich guck mal, ob wir T.S. sind. Ne, ist nicht, ich guck die ganze Zeit. Egal, wir sind Barbos. Okay, ich engage mich. Kommt mal alle zum Tor, lasst einfach jetzt sehr defensiv bleiben. Ja, do... Wir müssen uns mal passen. Äh, schliere mal Wolfpuff, schliere mal Wolfpuff. Einfach hier die Vasallen, bis wir öffnen nicht durchkommen. Nein! Unit! Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, Achtung, Achtung! Junge, wie konnte das überleben? Kann es sein, dass er mich die ganze Zeit fokust? Yeah. Aber weil Rah eigentlich auch nur K-Champ ist. Also ich finde Loki echt auch Sau-OP. Der ist gut zum Fokusen. Lass mir doch den Kill! Oh, Sammy. Sammy wird die ganze Zeit nur beschützt, gell? Es geht kein Kill-Stil hier. Auch richtig. Oh, Sammy wird die ganze Zeit nur beschützt. Oh, schau mal rein. 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 So, jetzt alle zum Base wieder. Wir müssen auf jeden Fall deffen wie sonst was. Ach, mach ich doch gerade. Nice. Ich hab da so eine komplette, bis auf den einen Land, leider gar nicht da rein. Aber so rein so gehen, habe ich alle ausgeschaut. So, Ulti-Level, äh, 3 mittlerweile. Ich auch. So lang bei mir. So, einfach aufpassen. Ach, Sammy, können die ganz einfach gewinniere Glocken. Sammy, schaff' dich schon. Sammy, schaff' dich schon. Ich helfe dir hier, Jimmy. Jetzt, Ulti, Ulti, mach alles drauf, was du kannst. Nein, ich helfe mir nicht mehr so viel, was um und eben direkt einen Schaden hat. Die, 3 healed, gell? Also, 2 healed. Weiß nicht, deswegen, ja. Hab ich nicht umgegeben. Ich hab noch meine, meine Brüllt hier, aber sonst. Meine Eins und meine Vier Masken. Boah, wie die immer noch nicht gehen. Nur wenn ich da meiste Damage mache. Junge. Alter, kickt ihr's gedefft? Also, du eher gesagt. Äh, bettos. Ja, Oberstreich wär da, aber der ist AFK. Ja, weiß ich nicht. Das ist echt, äh, die sind... Loki ist gefeadet. Nur Loki eigentlich. Boah, ist das wohl. Weil ich jetzt Ulti gehabt. Hab ihn. Okay, passt. Jetzt Jason. Oh, da bist du geil. Links noch. LOL. Alter, damit meckt jetzt so ein Aim-Bot. Aber... Na kommt. Wir können die kaputt machen. Ja. Ah, scheiße, da. Lauf, 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 lauf. Der kommt jetzt gleich wieder, oder? Nein, ich weiß jetzt gar nicht. Der ist auf jeden Fall ready. Take off. Ich muss jetzt ein paar Minions durchbekommen. Wir müssen ein paar Minions durchbekommen. Hält mir ein bisschen. Ich... Oh, du mein Freund, du kriegst jetzt erstmal schön mal zurück, ja. Ja, selten. Ja, selten. Also, ich muss zurück. Ich muss jetzt hier erst mal die Bestes-Gore. Ja, 0,12. Bestes-Gore und zwölf-sust. Aber wir werden gerade besser ein bisschen. Ja, wir haben halt von anderen die Budget-Champs. Ja, ich denke, dass wir late-game-bisschen mehr haben können. So, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich hab wieder hingekriegt. Gib mal Wulfbuch. No, nein, ich bin raus, wenn ich da rauskomme. No, ich bin raus, wenn ich da rauskomme. Junge, sehr gefiedet. Junge, ich fiel gar Sinn. Ich konnte nix machen, gell. Ich bin drei, vier, vier, vier. Oh, was, Ricks wieder da? Gott, ist in die gefiedet. Kannst du move'n eigentlich, Tivi? Kann ich hier rein move'n. Ja, dann move'n, weil wenn ich hier switche, dann wird's auch einfach. Jetzt mach ich Ulti! Und... Alles! Jetzt macht alles, was ihr könnt! Nein, das ist gut. Das Tivi, der ist okay. Junge, alter, das hat ja richtig gesessen. Ich levelte dich hier mal, guck mal, es ist gut. Scheiße, die sind von unserer Base-Dach. Deffen, deffen, deffen. Oh, da. Jetzt pushen. Push, 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 was das Zeug hält. Und wir legen 100 hinten, alter. Das können wir aber noch einholen, meine Damen und Herren. Wir können out-chacken. Wir sind... Wenn ich meinen... Puh, jetzt gehen wir ab, ey. Junge, nice. Übelstes Comeback, würd' ich mal sagen. Ja, wir haben uns das natürlich alles auf. So, jetzt kommen die ersten Mal wieder durch. Das ist alles geplant gewesen. Ja klar, wir wollten ja auch ein bisschen Spannung hier aufrechterhalten. Wir sind erstmal weg, alter. Alter, alle weg. Alter, alle weg. Oberstrike, der Tivi, move' mal Oberstrike, bitte. Ach, wieso, die gefeatet ist. User was moved to your chance. So, ich hab jetzt alles fertig. Ich hab Ulti in 20 Sekunden, dann könnten wir wieder die Daumen bürsten. Ich hab auch meine Ulti ready. Warte mal, was helfen. Oh, es ist der Ulti. Jetzt hab ich meine Ulti nicht mehr ready, aber... Wolf, wof, wof, wof. Wolf, wof, 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 wof. So, meine Ulti's ready, wäre sie, also. Ja, alle, wir sind auch in Trifbleck. Das ist einfach viel zu geseitig. Junge. Gut, aber egal, wir haben Ulti 66, der kam ja auch viele bei uns durch. Guck mal, wie der Gefehl hat, macht keinen Spaß mehr. Ja. Ne, das war's noch. Kurze Runde. Reißen können. Mann, zwei. Mann, zwei, verdammte Schläger. Jetzt, ich saug hier den Gefehl ist an. Ja toll! Geiler! So! Ich geh Wolfgroove! Achtung, wir müssen hier Deppen, die kommen hier in die Nähe! Komm ich komm ich komm ich komm! Lenk sie ab! Boah, wie die Reihe weg ist! So, du gehst jetzt nicht! Blut hier ab! Junge! So, hier die! Die Deppen hier! Wer möchte sterben? Wir brauchen jetzt eigentlich einen, der die ganze... Obersteig, bist du da? Wir brauchen jetzt welche... Obersteig, kannst du reden? Könntest du vielleicht Deppen, weil du eh Odin bist? Ich, ich... Weil du bist doch gar nicht gewesen, weil du hast keinen Raum Gold abbekommen und dann denke ich wäre dann das besser. Mit meiner Eins, mach ich die Bonn mit. So, Gott, jetzt komm wieder ein paar durch. Bist du, äh, unser vorderlich? Damit hier reinkommen. Ja... ... ich bin rausgekommen, ich bin so ulti! Ich laufe, ich laufe! Alles zum Tor, alles zum Tor, alles zum Tor! Also, zwei Sekunden sporen noch geil! Okay, nice! Komm, alle vor. Äh, muss kurz, verkauft. Ja, es ist so nett... Aber gar keine durch. Ich bin so nett. Ah... Ich hab alles fertig. ich ich jetzt wäre meine ich soll ich mal versuchen Jo Warte noch 30 Minuten jetzt ok ich muss sie richtig erwischen ja ich hätte sie jetzt 4 jetzt ich hab 3 drin oh ja wurde gestunnt Aua ich geh hier auf diesen Armoren hier Ruflust ist tot Ruflust ist tot Ruflust ist tot Ruflust ist tot jetzt wird nur noch links Mad Maxi der ist tot Jungen nice so viel mehr oh die pushen den Ball pushen sie das ist immer scheiße ja aber wir haben trotzdem verloren gleich die müssen uns nur noch ein paar mal killen wir haben zwar gut eingeholt aber oder vielleicht wird's noch flach äh geht mal zurück bitte in die Base sonst verreckt der jetzt lauf 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 in die Base sonst werden wir verrecken dann verlieren uns so viele Punkte die Base ist noch stärker denn wir müssen ja ähm 6 an in 40 Sekunden erst meine in 30 so ich bin drin ich def jetzt wieder ich lass keine durch er wird seine Ulti gedroht oder hau ich jetzt auch mal meine raus ja egal dann verliert ihr noch 5 Punkte durch den Code 9 2 9 5 9 5 ok ok nice game ähm das ihr habt jetzt mal smile ihr seht einfach dass es hammer viel Spaß macht ähm macht mal ein bisschen Feedback würde ich mich wirklich freuen ähm unten habe ich einen kleinen Link poste ich für euch da könnt ihr es euch kostenlos runterladen natürlich und so das ist ein Refair Link quasi ihr könnt ja normal das bringt halt für mich was wenn quasi wenn viele da spielen dann bekomme ich da halt Geld drin geschenkt und äh ja dann sagt einfach mal bis zum nächsten Smart Video falls euch geschwellt tschüss